Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Charaktervorstellung in der Overwatch später und heute spielen wir Chunkrat. Das ist ein defensiver Charakter, obwohl der nicht wirklich, ich weiß nicht warum die hier defensiv heißen, wahrscheinlich weil die einfach ein bisschen mehr aushalten. Aber defensiv ist der nicht wirklich. Und zwar, der hat auch nicht ganz so viele Eigenschaften, der kann hier das hier bämsen, ganz normal hier Granaten werfen halt. Die können nämlich eigentlich selbst treffen. Ja, können sie, okay. Dann kann er hier so eine Falle legen, wenn da jemand reinläuft. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Passiert eine Falle, die Gegner bewegungsempfällig macht. Ah, okay. Gegner, alles klar. Gut, dann kann er, was ich sehr cool finde, hier so eine Mine hinwerfen und kann die mit rechter Maus explodieren lassen. Finde ich sehr cool. Ja, und das war es eigentlich auch schon, ne? Dann hat er noch eine geile Ulti. Das muss man ja sagen, die Ulti ist richtig fett. So, kommen die mal wieder jetzt. Sag, Ulti ist ready. So, Achtung, ich zeige es euch mal. Und zwar Hamikaz-Reifen nennt sich der. Und dann gehen wir hier rein und machen bäms. Das ist so geil. Okay, das war es auch schon. Ähm, wir gehen einfach in das Spiel rein, ne? Schnellsuche, rein, Junkrat wählen und Abfahrt. Ja. Geschätzte Zeit, 10 Sekunden. Verstrichene Zeit. Wir wissen ja, das ist bei Blizzard-Spielen immer so. Dauert immer ein bisschen länger als geschätzt. Wahrscheinlich in allen Schlachtfeldern so und so weiter und so fort. Moskowskaia-Industries. Los geht's, Leute. Ich hab richtig Bock. Wir spielen Junkrat. Auswählen. Mal gucken, was unser Team macht. Ob wir überhaupt eine Chance haben. Aha. Defensiv. Offensiv. Zwei Mal Junkrat. Klar. Chief Fox. Hm. Ja, komm, dann nimm doch noch einen Offensiven. Einen Heiler haben wir drin. Wer das ist hier, weiß ich gar nicht. Doch, das ist die Tante in dem Anzug, ne? Ja, genau. Okay, haben wir noch einen Tank bekommen? Nee, wir haben keine Tanks. Bereite den Angriff vor. Machen wir doch gerne. Okay. Ja, ist halt schwer mit dem zu treffen. Das muss man schon sagen. Das ist halt schwer. Aber du kannst halt einfach reinböllern. Hältst einigermaßen viel aus. Macht Fun. Ja, 30 Sekunden. Dann geht die Action los. Sehr, sehr cool, ne? Also das Spiel ist echt, echt gelungen, muss man sagen. Mal gucken, ob die noch ein bisschen was verändern. Ich glaube, Helden kommen keine mehr dazu. Weiß nicht, was Blizzard noch geplant hat. Wahrscheinlich ist das dann so... Ach, guck mal, da sind die ja direkt. Und wir haben keinen Tank, ne? Machen wir. Da ist noch ein Geschütz. Komm ich so weit überhaupt? Okay, der hat sich verpisst. Oh, Mercy von hinten. Wie asozial. Ja, gut. Ich bin halt auch nicht sehr mobil, muss man sagen, mit diesem defensiven Charakter hier. Das ist sehr nervig. Ich kann auch hier nicht groß was machen. Das heißt, ich... Wenn die da von oben schießt, komme ich gar nicht dran. Joa, zack, die ist weg. Oh-oh. Tod. Super. Schließt euch hier an. Mach's gut, mein Schätzchen. Hm. Oh, immer schön rein. So, den haben wir schon mal, den Punkt. Das ist gut. Machen wir. Frontal rein. Oh, oh, shit. Sagt Lucio eliminiert und wieder rein. Na, da haben sie wieder ihre Geschütze aufgebaut, die Säcke. Wo denn? Wo ist er? Habt er rein gesehen, gehört. Wie auch immer. Elf brauch ich nicht. Yes, das war ich mal eine schnelle Runde. Das hat mächtig Spann gemacht. Die zwei Chancreds anscheinend richtig geil. Cool. Mir hat es richtig, richtig Spann gemacht. Wieder kein Highlight des Spiels. Man, ich bin doch gar nicht schlecht dran. Kriege ich nie ein Highlight des Spiels. Da musst du halt so eine Ulti gut platzieren. Mit dem Chancred. Dann läuft es auch. Super, ne? Heilung. Hier, immer Heilung hoch. Episch, ganz genau. Ja, wir machen noch eins, würde ich sagen. Wir warten einfach. Gruppe war ja gut. Vielleicht haben die alle nochmal Bock. Ja, war jetzt nicht mein bestes Match mit dem Charakter. Erster Sieg des Tages. Stimmt. Erstes, Letzte habe ich verloren. Wo gesagt, der Schaden war echt maune. Aber ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen. So, wir nehmen nochmal den Chancred. Ach, warte auf Spiele. Okay. Gut, dann warten wir kurz. Ah, da sind sie schon. Aber jetzt kommt dasselbe nochmal umgedreht, ne? Schätze ich mal. Obwohl, beziehen Sie Verteidigungsstellung? Ah, doch. Könnte sein. Und Top-Jörn. Eine Widowmaker. Bastion. Genji. Und jetzt fehlt noch ein Tank. Unterstützungsklassen finde ich jetzt nicht so... Ja, ist schon wichtig, aber... Gut. Keine Scharfschützen. Das ist wurscht. Okay. Lieber Scharfschützer als Heal. Alles klar. Machen wir. Diese Fallen finde ich jetzt... Gut, diese Sprengfallen, die hier... Das ist schon ganz cool, aber... Die andere, die hier... Naja, weiß nicht. Das ist alles so schnell hier. Was ist denn das hier vorne eigentlich? Ein Äffchen? Haben wir ein Äffchen? Angreifer in 30 Sekunden... Ach, das ist ein Bastion, ne? Ich hab große Pläne mit dir. So, da kommen die her. Okay. Dann warten wir hier schön... Und dann wird hier drüber gefeuert. Was macht der denn da vorne? Genji? Hallo? Kommen sie? Habe ich mir doch gedacht. Mit zwei Tanks kommen die hier reingeknallt. Schön verteidigt. Top. Wo ist denn da einer? Gar keiner da. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Jetzt kommt der Widowmaker. Mist. Naja. Weiter geht's. Das war echt blöd. Gut. Ja. Machen wir. Lass mich hier raus. Gut. Erstmal gestoppt. Sehr schön. Ja, ist echt ein weiter Weg, ne? Zack. Hallo. Hallo. Ja, da wurde ich mal wieder klein gemetzelt, ne? Okay, das schaffen die. Dann müssen wir eben einen zweiten verteidigen. Ja, der Lucio. Wo ist er? Na, ich krieg den nicht. Naja, dann soll er wegbleiben. Wo ist er denn? Der kommt da hinten rum, ne? Jetzt hat mich diese Teile in der Mitte. Gut, tot. Die sind echt stark hier. Oh, macht das so ein Riesen-Auer. Das ist ja krass. Ich hab gedacht, ich bin weit genug weg. Das ist heftig. Ich hab zwar gewusst, dass das viel Auer macht von dieser Diva, aber... So viel? Krass. Weg, du Arsch. Zack. Oh, oh, wo, wo, wo? Ganz da vorne, okay. Gut, dann gehen wir mal hier rum. Oh, hab ich mich selbst verletzt. Zack, der ist auch weg. Erstmal wieder Heal holen. Danke. Oh, oh. Gut. Nein. Nein, treff doch noch einmal. Boom. Und wieder weg. Wie ist tot? Warum wie ist tot? Das wird heftig, den Punkt hier noch 5 Minuten zu verteidigen. Wir haben den ersten halt recht schnell bekommen. Jetzt wird's heftig. Aber macht ja Fun. Hier gibt's Rüstung. Toll. So, das macht richtig Spaß hier. So, jetzt sind wir ein bisschen safe. Das ist gut. Ha, genau ins Gesicht. Zack. Auch weg. Da hinten ist noch eine. Ich hab dich gesehen, Mädchen. Oh, die weicht gut aus, Mädchen hier. Ja, das war stark. Respekt. Kein einziger Schuss hat getroffen. Schade, schade. Sprengfalle wär's gewesen, ne? Mist. Ich hab schon ganz andere Sachen. Naja. Egal. Weiter geht's. Gehen wir mal hier oben rum. Nutzen die Ulti. Wenn's harter Fahrt kommt. Naja. Nutzen wir die Ulti, würde ich sagen. Okay. Ist ja gerade recht safe hier alles. Ja, wenn der das aktiviert hat, geht das schon gar nicht mehr. Scheiße. Hab ich's mal probiert. Mist. Hab ich echt gedacht, wenn der das aktiviert hat. Aber leider nein. Das ist halt echt so ein Schocker, ne? Wenn der da reingeht, dann musst du halt einfach irgendwo hinten dran verstecken. Out of sight gehen und dann passt das. Aber so ist das echt schon heftig. Wenn der da reinbämmst. Ich sehe irgendwo was. Oh, da kommen ein paar rein, ja. Ich brauche Heal. Wo gibt's denn hier Heal? Hier drin, oder? Yes. Danke. Was denn jetzt? Was denn das für eine geile Ulti? Hier war irgendwo ein Scharfschütze. Ich hab's genau gehört. Geht nicht so weit raus, Leute. Jetzt aber. Will die hier hinten rumkommen? Nee, will sie nicht. Okay. Oh oh. Zack. Wie ist er auch tot? Affe. Bam. Nix, Affe. Da oben kommt einer rüber. Wo ist er? Er ist hier rein. Das ist eine sichere Sache. Nur weiter so. Oh oh. Den hab ich nicht gesehen. Oh oh. Oh oh. So, der letzte. Da oben auch noch tot. Sehr schön. Da ist noch einer. Wo ist da noch einer? Nein. Nicht jetzt kurz vor Schluss. Mach den Blatt. Sieg. Super. Richtig geiles Game. Wieder nicht dich. Schade. Ja gut. Während ihr das Highlight des Spiels seht. Wieder wie immer. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Falls ja. Däumchen nach oben. Abo. Kommentar. Kommentar ist mir am liebsten. Am besten irgendwas, was ich verbessern kann noch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.